Wuhu! Nachhaltig. So, wie ist das? Füßdöl macht. Da ist die Chipsi noch Gold dagegen. Ja, das habe ich dir doch gesagt, der Chipsy ist nicht durchgeknallt. Naja, manchmal schon. Nein, ich weiß gar nicht, dass er durchgeknallt, der Borde ist. Geld ist nicht. Er ist triebisch. Kann man überhaupt sein. So, mal schnell mal langsam, mal so einen Kopf da. Er hat Eier gebraucht, bitte aber auch noch so ein Chipsy auch ist. Also ich finde, er läuft zapplich. Ja, er ist so. Der ist wirklich durchgeknallt. Schau, wie schön er kann. Ja, ganz schön, ja. Das ist halt sehr, sehr unabhängig. So zapplich einfach. Die Heike, äh, die Faschenheike. Die Heike Hirsch hat einen Brust mit der Mutter gemacht. Der geht mit der Mutter. Und dann hat sie die Griffe, dass das nichts bringt. So eine Mutter zuzustellen. Prust! Das ist sehr nötig, ne, Kehrt, wenn du mit so einem Punkt bist. Ja, aber trotzdem ist es halt nicht mit so einem Punkt immer noch schöner zu arbeiten als mit dem Abend, finde ich. Das ist ganz schön. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht. Ich hätte spürt, dass du überhaupt nicht mit dem Abend bist. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Weißt du, was das Schlimme ist? Diese Sapper-Spuren, die gehen durch Waschen nicht raus. Die müsste vorher mit der Bürste richtig abbürsten. Echt? Na klassisch, Gypsy, das machst du wieder weg. Ja. Also ich hatte schon oft Sachen gewaschen, der kann so schön durchlaufen. Und, äh, ja, musste wieder nachbehandeln. Dann ging das hier mal wieder weg. Nö, du musst eigentlich nur mit Wasser und... Nein! Das war für meine Wüste. Wenn sie gerade ja nicht rum. Ich muss jetzt mal an meinen Wüste schreiten. Was? Dann weiß ich sie nicht. Freigemach. Freigemach. Ja. Hey. Wie ist es? Wie ist es? Beheirat Der kann hier keine Bremse machen, bevor der Riede fährt. Hier ist nebendran ein Lüster. Das ist jetzt die letzte Lüste. Ich will noch mal mit Ihren Freunden an, die ich für unsere Arbeit nachgehört. Ich glaube, ich brauche gerade, ich stehe nicht mal über das Gelegen, dass sie kurz besprüte und immer wieder zu gucken. Das ist mir absolut angemerkt. Davor macht sie es noch. Dann steht sie da drinnen. Du hast auch einen Zug. Ich glaube nicht. Nein! Ich glaube nicht, dass sie da drin steckt. Komm! Komm! Das ist ein Weg, da ich bis hin darf. Sie sind gegangen. Oh ja! Ja, ja, ja. Wobei, sie ist eigentlich ganz lieb und schwänzend. Aber ich sehe immer nicht, wenn sie den Zahn zeigt. Ja, ist ja da dran. Sie ist ja da dran. Sie ist aufgeregt. Tja! Aufgeregt. Okay. Stille. Gut! Genau! Jetzt Industries Hecht Design & Long Strill, In Ferund!! Ganz schön! Ich bin ganz schön. Z잔! Untertitelung des ZDF, 2020